Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer Odo. Wir sind zurück bei Victoria 3 und Österreich. Ja. Was haben wir gemacht? Ich habe nicht mit dem Plastik meines Schimmers, was wir letztes Mal gemacht haben, weil es ist schon eine Weile her, dass ich gebildet habe. Ich glaube, wir sind noch immer dabei, unseren Ruf etwas zu verbessern. Wir sind jetzt auf Infamy 38,3. Das heißt, wir sind Infamous. Wir brauchen total großartig, weil wir nicht nur Notorious sind. Ah ja. Wir haben den glatzköppigen Franz Josef als Herrscher. Und... passt. Wir haben ein negatives Einkommen. Das passt auch. Wir haben noch einmal die Kongo-Expedition. Wir haben noch ein paar Stiffe den Kongo entlang zu schicken. Russland hat kein Interesse mehr am Kongo. Das finde ich interessant. ... 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 Oh, auch auf die Seite von den Nicht-Vergänisten. Wenn euch niemand hilft, dann ist das so ein ewiger Konflikt wieder. Okay, weißt du was? Ich helfe euch auf. Immerhin seid ihr die Angriffenen. Okay. Wir chuppern. Wir chuppern. Wir haben schon mobilisiert den Obma haben, sonst wäre es schön. Okay. Wir müssen diese Fingern ausführen. Okay, gut. We need to get this man to safety. Bringt uns an a slightly delay. Und ein Bonus für Frankrei. Er ist noch... Frankrei weiß sicher nicht, dass der Name dort ist. Krieg und den Rebellen hat gestartet. Yes, Kongo River Expedition. Wir haben den Nil Anfang gefunden, den Kongo Anfang gefunden. Wir sind einfach... Franz Konrad von Hötzendorf ...has returned triumphantly. The cause and source of the Kongo River have been plotted. Coming back home is supposed to be the easiest part, and in a sense it certainly was. But the jungle had forever taken us, ravished our souls in rebellion terror. A part of us had forever stayed there. When I closed my eyes there, I saw my family. When I closed my eyes here, I can only see a persistent and browning green. Excellent. Yes, 25% is not green. Not bad. Not bad. Not bad. Very good. Very, very good. Quite amazing. Okay... It's overrated. We're gonna kill, what Horstein is doing. Okay, this revolution is still destroyed. Check. Oh we're gonna do again a plus. It's a plus. nachdem die Expedition verrückt ist. So, und unsere Bauliste ist auch gerade durch. Das heißt, was wir als nächstes machen, ist... Wir schauen uns die Preise an. Die ist auf dem Markt, hier auf unserem Berg. Schauen wir mal. Relativ angenehm, die Preise. Ich glaube, nur 19% plus und 18% für Holz. Für Holz können wir vielleicht ein Tier, den großen Maßstab. Oder auch nicht. Oh Gott. Wir müssen mehr Holz machen. Hartmut brauchen wir eh auch, oder? Oh. Expand Logging Camps. Aber das könnten wir eigentlich mit dem ganzen... Galicien oder so. So. Fast. Connectiert. Und Power Plants. Der Martin hat leider keine... Leute mehr. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen... Erdöl. Oh Gott. Können wir das irgendwo kaufen? Nein. Nicht wirklich. Ich meine, wir kaufen alle, was wir kriegen, aber das ist sehr lächerlich. Wir können keine Aurex expanden mehr. Wir brauchen irgendwo Erdöl noch her. Engines. Ich denke, wir müssen noch finden, wo wir aufbenten. Also... Wack für. So. Dann... ... ... Wollen wir auch... Schauen wir mal, können wir die kaufen irgendwo. Die könnten eben... ... ... ... ... ... ... ... ... schwein 4000 stück davon wir haben nicht einmal tausend gekocht na gut also so kohle brauchen wir großem maßstab das importieren von eben auch vom preußischen markt hier sollten wir viele viele ohne warte mal schließe nicht schlecht die haben keine passend mehr schlesien schau mal möchte nicht so 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 Noch Farbstoffe. Stahl. Stahl. mhm 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 schlisien wir werden dort nur f einfach towing workshops element administer zum vor fishing mhm mhm lead farms mhm 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 optimieren können mhm na gut an dieser stelle wir haben wieder eine große Menge an Gebäude bereit womöglich euch viel Spaß gute Nacht für die 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 das die Untertitelung des ZDF, 2020